Musik So, hier geht's natürlich direkt weiter Ähm Ich möchte hier hinter das Tor Da ist Die Kiste, sehe ich Aber dafür müsste ich das Tor erstmal aufbringen Heißt Hier muss doch irgendwo was sein Denke ich Ähm Kam ich hier nicht her? Nee Äh Springen Äh, eher springen Bis nach da Drüben Da war ein Volli da Ähm Okay Dann laufen wir hier mal hoch Wofür brauche ich die Kiste Äh Schieben wir die mal nach da weiter Und Einfach mal nach da Geht's hier hoch? Nee Nee Hm So, wenn ich jetzt gerade ein bisschen leiser war Lachst du an, als ich mein Mikro kurz zur Seite hatte Äh Ich habe noch mehr von denen Natürlich trifft mich das Schneide dich ein Stück Ja Ja Tust du das? Beste 不過 Ah Tust du take Eins Und .. Na los. Der Murph ist übel. Der ist übel, der Murph. Der ist richtig übel. Der gefällt mir. Kann ich gut gebrauchen. So. Das Blut. Jenes Blut. So. Dann nehmen wir noch ein neues Schwert. Und da gehen wir bestimmt nicht rein. Und wir gehen mal, glaube ich, zur Tür lieber. Ähm. Kommen wir gar nicht. Dann müssen wir den bestimmt... Nein, die Tür kann er nicht aufmachen. Dann schauen wir mal, was wir mit dem machen können. Ah, hier oben. Das macht genau was. Okay. Das andere bewegt sich jetzt nicht. Dafür bleibt das jetzt stehen. Und... Ah, ich denke, ich muss jetzt die Kiste da reinschieben. Dann den wieder beherrschen. Was jetzt vielleicht gerade nicht die beste Option war, den da jetzt oben hin zu packen. Ah, vielleicht ist er aber auch bis nach unten wieder gegangen. Dann dreht sich das nämlich auf der linken Seite wieder. Aber das Ding geht nicht. Weiter. Ah, perfekt. Äh. So. Ganz einfach und easy. Hoch. Und... Wieder umwechseln. So. Das dreht sich. Aber das Tor geht nicht runter ganz. Wegen... Dem... Wegen der Kiste. Ha. Einfach. Einfach, weil es einfach einfach ist. So. Äh. Na, das war schon ein leicht riskanter Sprung. So. Und da hinten hin. Und ich speichere jetzt lieber an jedem Punkt. Ähm. Neue Speicherdatei machen wir einfach mal. Fortsetzung. Ähm. Hier rüber. Schaffe ich das auch noch ohne Weitsprung? Ja. Das auch. Ah. Jetzt bin ich hier. Äh. Jetzt ist auch das Tor offen. Wieso auch immer. Egal. Jetzt komme ich auch zu der Kiste. Äh. Ich dachte eigentlich, dass ich bis zu der Kiste komme. Ich bin hier abgerutscht an der Stelle. Lol. Das war sein unnötiger Tod. Komm ich da nicht rüber? Ah doch. So. Und. Her damit. Level ab. Natürlich noch nicht ganz. Ja. Schrei du nur. Was haben wir überhaupt noch hier oben? Eine Tür. Durch die ich gehen kann? Impossible. Und was haben wir unten? Es geht ja noch eine Etage tiefer. Ich wusste, dass das Spiel sich wieder aufhängen würde. Aha. Hier gibt es halt einen Kurs und Cut-Dings. Ihr kennt das. Okay. Dann müssen wir das eben nochmal hier machen. Mit dem Schwung-Dings. Ich verstehe einfach nicht, was das für ein Problem auf einmal ist. Das tritt jetzt seit den letzten drei Aufnahmen auf. Das ist auf einmal einfach crash. Nach der dritten Aufnahme. Ich weiß nicht, woran es liegt. Und wo es überhaupt kommen könnte. Weil vor. Vorher war das ja auch nicht da. Und ich habe in der Zeit nichts deinstalliert. Oder installiert, was mit diesem Spiel zu tun hat. Vor allen Dingen die drittletzte Aufnahme liegt schon ein bisschen länger zurück. Und. Und zu dieser Zeit habe ich nicht mal irgendwas versucht zu installieren oder deinstallieren. Also. Strange. Äh. Mann. Störb. Ah. Habe ich hier an den Rand gedrängt? Äh. Ja. So, jetzt ist er tot. Und. Bringt die mir schon das Level ab oder erst die Kiste? Die Kiste. Okay. So. So. Die Tür kann ich nicht aufmachen, aber es geht hier nach oben. Also. Falls jemand wissen könnte, woran das liegt mit dem Crash. Weil er sowas ähnlich ist, als er. Erfahrung hat. Ich bin mir das. Dufte. Aber. Ich glaube kaum, dass jemand diese Erfahrung gemacht hat. Haha. Weil es glaube ich ziemlich unwahrscheinlich ist. Das ist jemand genau, der das gleiche Gefühl hat. Und. Wie viel hält der nochmal aus? Ah. Ja. Ja. Immer diese Moves, denen man so gut ausweichen kann. Ja. Ah, dann eben. So. Und noch diese Zeitlupe. Das ist einfach nur geil. Finde ich. Ich versuche eine Ansichtssache, aber trotzdem, ich finde es cool. Das kann man aufmachen. Und das kann man aufmachen. Und das kann man aufmachen. Aussaugen. Und den anderen auch noch. Erlösen wir den einfach auch. So, jetzt klappt es. Und weiter geht's. Durch die Tür. Und nach unten. Was haben wir denn hier noch? Noch so'n Lappen. Egal. Weiter nach unten. Was wartet hier auf mich? Ein Kontrollpunkt. Und das. Moment, ich hab das alles gemacht, damit ich... ...durch das große Tor komme? Hey du! Mann, bist du ne Schnarchnase. Mann sollte... ...deine Posten ersetzen. Eindeutig. Ey. Immer diese... ...moves, denen man so gut ausweichen kann. Ja. Und... ...her damit. Hey, da vorne steht noch ne Kiste. Die hab ich... Hey, die hab ich doch... ...geleert. Egal, es soll mich nicht stören. Die hab ich doch eindeutig. Egal, egal. Ich nehm sie einfach mit. Bin zufrieden und fertig. Und jetzt... Ah. Oh. Well... ...fuck. Hm. Nein. Bist erledigt. Ja. So. Mann. Feierangriff von hinten So Äh Und draufhauen Aussaugen Herr mit deinem Blut Und das von der anderen nehmen wir auch noch So Wo ist der andere Hampeelmann hingelaufen? Der kriegt hier jetzt nämlich Berserker zu spüren Gleich Ich schau mich erstmal hier um, was wir hier noch so haben Also Hier geht's bestimmt nicht rein, oder? Nein Da komm ich nicht rein Und Bams Wow Ich find das einfach so cool Mit der Zeitlupe und so Ist ziemlich unnötig, aber Ich find's cool So Hier geht's aber rein Nein Ah Moment, hier haben wir was Moment Ich muss erstmal hier rein Und nach oben anscheinend Okay Schauen wir mal Hier ist nichts Noch weiter nach oben Ah Und nach unten Da können wir ja den kurzen Weg nehmen Äh Zumindest relativ Sagen wir's mal so So Dann geht das nämlich nicht nach rechts Zum Zur Lampe Sondern Hier hin Mann Braucht das lang Ah Jetzt kommt's So Und Bing Geht auch Jetzt wollen wir das Tor auf Und Ich glaub Der Part müsste jetzt lang genug sein Deswegen Mach ich jetzt nicht bis zum Nächsten Checkpoint Und Äh Nicht das Speichern vergessen Und Hier geht's dann Beim nächsten Mal weiter Bis dahin Ich bin M-Kindy-Adjones S D D D Vielen Dank.